Wir haben eine Modenschau gemacht mit selbstdesignten Kleidern, die dann in Afrika genäht wurden. Wir mussten halt sehr schnell die Kleider designen, weil die Post braucht sehr lange, sechs Wochen. Dann hat das halt ein bisschen gedauert, bis sie wieder angekommen sind. Wir sind erst mit Trommeln durch die Stadt gelaufen, haben Flyer verteilt, damit viele Leute zur Modenschau kommen und dann spenden, damit Kinder in Afrika zur Schule gehen können. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Modenschau. 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 I'll show you something, and we can change your mind.